Ich halte mal kurz an. Nein, nicht. Ich kann die Karte so nicht lesen. Endlich, ich muss ganz dringend pinkeln. Ich will aber nicht, dass du zu weit weg gehst, Liebes. Du solltest dich nicht von der Stelle rühren, Sophie. Hanna, was geht hier vor? Ganz ruhig. Sind wir hier? Nein, ich weiß keine Ahnung. Was du auch tust, du darfst mir nicht folgen. Versprich mir, dass du mir nicht folgst. Ich verspreche. Danke, dass du meine Freundin bist. Hanna!